Torüte Roman Bürki hat Teile der Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund scharf kritisiert Die Ost- und West-Tribüne, da kommen die Leute ins Stadion, um ihre eigene Mannschaft auszupfeifen Die sollen lieber zu Hause bleiben, sagte der Schweizer Baiski nach dem 2-2, 1-1, gegen den SC Freiburg Von diesen Tribünen wird man keine Unterstützung, klagte Bürki.Das sind Leute, die keine Ahnung von Fußball haben Die haben wohl nichts Besseres zu tun.Der BVB hatte sich für seine schwache Leistung Pfiffe gefallen lassen müssen Die große Städtribüne ist in Dortmund auf der Südseite.Sportdirektor Michael Zorc kanzelte Bürki für diese Kritik ab Ich finde die Aussage unpassend und inhaltlich falsch.Ich empfehle unseren Spielern, sich das Spiel nochmal 90 Minuten anzuschauen, sagte er Da müssen sie aufpassen, dass sie nicht selbst pfeifen.Der Zuschauer hat das Recht, seinen Unmut zu zeigen Das stimmt, was er, was er, was er, was er. Das stimmt, was er, was er, was er? Das stimmt, was er, was er, was er. Der Zuschauer hat das Recht, seinen Unmut zu zeigen, dass er nicht immer wieder Die Städte ist in Dortmund ist in Dortmund. Das stimmt, was er, was er, was er. .